Der Eiszauberer-Bild in der Season 2 von Diablo 4 ist immer noch extrem stark. Die Gegner fallen in Sekunden um, werden eingefroren, können nicht viel machen und man hat wenig Mana-Probleme. Wer genau so mit seinem Zauberer abgehen möchte, sollte dranbleiben. Servus Wanderer, willkommen zum allerersten Video für die Season 2. Ich hoffe es geht euch allen gut. Es war natürlich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ruhig, aber der neue Content ist da und es werden jetzt neue Builds in den nächsten Tagen für verschiedene Klassen für euch rauskommen. Heute geht es um den Eiszauberer, ist immer noch extrem stark, spielt sich von Anfang an bis ins Endgame, einfach super angenehm. Ihr könnt den Build immer weiter verbessern, auch noch mit Level 100 spielen. Desto höher ihr im Level seid, umso mehr Schaden habt ihr natürlich. Eine höhere Abklingzeit, Reduktion, ihr könnt öfter die Fähigkeiten einsetzen und besitzt dadurch auch einfach unendlich Mana. Und den Anfang möchte ich euch jetzt hier zeigen, wie ihr schon ab Level 35 ordentlich abgehen könnt. Ich bin Level 43 und habe den Weltrang 3 Dungeon abgeschlossen. Super easy, wo die Gegner 7 Level über mir sind, war gar kein Problem. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was sagt ihr momentan zur Season 2. Bin ich gespannt. Dazu werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Ich beginne wieder mit der Bildübersicht, dass ihr wisst, wie man diesen Bild eben spielt und genau so, wie ich im Video abgehen könnte. Der Bild basiert auf Eissplitter in Kombination mit der Frostnova. Damit holt ihr massiven Schaden raus, friert die Gegner ein und ihr schießt sie eben ja in der Reihe nach durch. Und so sind auch selbst Elite-Gegner in Sekunden tot. Von der Rota müsst ihr wie folgt vorgehen. Wenn ein Fight beginnt, starte ich immer mit dem Feuerschild. Einmal werden die Gegner dadurch auch angefackelt, was dafür sorgt, dass ich auch wieder Mana zurückbekomme. Das passiert über einen Aspekt, werde ich euch gleich im Detail erzählen. Aber durch das Feuerschild habe ich auch eine Mana-Kostenreduktion. Die Zauber sind günstiger, ich kann mehr wirken, was natürlich extrem stark ist. Danach starte ich dann in die Frostnova rein, ganzen Gegner werden eingefroren, werden verwundet. Dadurch macht man mehr Schaden und dann halte ich einfach in die Meute mit dem Eissplitter rein. Dadurch, dass die Gegner eingefroren sind, prallt der Eissplitter an den Gegnern ab und es geht zickzack durch und sie sind eben in Sekunden tot. Das ist einfach extrem stark. Wenn das Feuerschild ausläuft, ich sehe, dass ich schon weniger Mana habe, dann gehe ich in die Eisrüstung rein, das andere Schild. Das sorgt nämlich dafür, dass ich eine Mana-Regeneration habe, die etwas erhöht ist. Umso schneller habe ich wieder mehr Mana, kann natürlich auch länger schießen. Und so funktioniert der Bild schon sehr gut. Wenn ihr alle Fähigkeiten auf Abklingzeit habt, vielleicht auch wenig Mana, dann starte ich in die Ulti Tieffrieren rein. Die sorgt nämlich dafür, erstmal für Schaden und danach, wenn sie fertig ist, dass alle Fähigkeiten mit Abklingzeit abgeklungen sind. Und ich kann erneut wieder in die Rote rein starten mit Feuerschild, mit Frostnova und dann eben die Gegner niederballern. Wichtig ist auch gerade noch am Anfang, wenn ihr unter Level 50 seid, ihr müsst hin und wieder eben auch die Basisattacke machen. Da habe ich jetzt den Frostblitz, wenn man einen eingefrorenen Gegner auch trifft, dann bekommt man auch Mana und so hat man wieder ein bisschen mehr Mana zur Verfügung, weil am Anfang ist es noch nicht ganz möglich, unendlich Mana zu besitzen. Wenn man es richtig timt, dann geht das wirklich schon richtig gut. Ihr könnt den Bild auch separat nochmal verbessern, wenn ihr einen Aspekt besitzt, dann ist der Bild noch runder. Ihr habt einfach ja noch ein bisschen mehr Mana zur Verfügung, das werde ich euch gleich zeigen. Aber zu Beginn kommt ihr da wirklich sehr, sehr gut durchspiel durch. Weltrang 2, gar kein Problem. Ich bin jetzt wie gesagt die Kathedrale des Lichts, heißt glaube ich gelaufen. Sieben Level über mir, gut durchgekommen, nicht einmal gestorben. Wenn ihr auf Weltrang 1 spielt, ist es sowieso ein Joke und die Gegner fallen einfach ratzfatz um. Kommen wir nun zu den einzelnen Aspekten, aber natürlich auch Affixen. Was braucht man da? Fähigkeiten und natürlich die neuen Vampirmächte. Das Geile an diesem Bild ist, dass ihr ihn sehr schnell und früh nachbauen könnt, denn die meisten Aspekte, ca. 90%, könnt ihr über Dungeons farmen und auch beliebige Rüstungsteile drauf machen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe eben geguckt, wo ist der Aspekt und bin dann eben ins Dungeon gegangen und habe ihn mir geholt. Deswegen ist auch oben schon die ganze Reihe frei und ihr seid so eben schon sehr früh im Spiel stark. Ich beginne jetzt hier mit den Rüstungsteilen und zwar ganz oben beim Helm. Was habe ich hier drauf? Und zwar, dass man eben eine Barriere bekommt, wenn man einen Elite-Gegner Schaden macht. Wir wollen bei diesem Bild so oft wie möglich eine Barriere besitzen. Warum? Eissplitter, unser Main-Angriff, der durch die Gegner dann durchgeht, kann durch die Gegner durchgehen, weil er eben abprallt, wenn wir eine Barriere besitzen. Wenn nicht, dann prallt er eben nicht ab und geht nur auf ein Ziel. Deswegen wollen wir unbedingt eine Barriere haben. Als zweites, das ist auch richtig geil, wenn ihr direkten Schaden erleidet, das passiert natürlich immer wieder, besteht eine Chance von 2%, die Abklingzeit eurer defensiven Fähigkeiten abzuschließen. Die Schilde sind direkt wieder ready und die Frostnova, die natürlich auch immens Schaden verursacht. Die Gegner einfriert mit der Frostnova. Wenn die aktiv ist, dann geht es richtig ab. Wenn ihr das Ding natürlich getroppt bekommen habt und eine 6%ige Chance, ist es natürlich richtig geil. Ich habe es jetzt über den Dungeon gefarmt, deswegen leider nur 2% Chance. Desto höher das ist, umso geiler ist es im Endeffekt. Umso krasser kommt ihr auch an unendlich Mana ran. Warum? Das werde ich euch gleich zeigen. Das ist auf den Ringen drauf. Ansonsten auf den Händen. Ihr fügt bewegungsunfähigen, betäumten oder eingefrorenen Gegner 25% mehr Schaden zu. Die Gegner sind natürlich sehr oft eingefroren und teilweise natürlich auch betäubt. Und dadurch, ja, machen wir 25% mehr Schaden. Auf der Hose sieht das Ganze wie folgt aus. Hier habe ich einfach ein bisschen auf defensiv gesetzt. Man hat hier noch eine Rüstung, die eben immer weiter nach oben geht. Umso, ja, leichter überlebt man dann auf Weltrang 2 oder natürlich auch auf den höheren. Dann, was ich hier gedroppt bekommen habe, per Zufall, wenn mindestens 5 Gegner in der Nähe sind, werden sie für 2 Sekunden lang betäubt. Kann nur alle 20 Sekunden eintreten. Ich fand aber am Anfang auf den Füßen gibt es nichts wirklich Gutes. Das habe ich per Zufall gedroppt. Wenn ihr das auch besitzt bekommen habt, dann würde ich es auf jeden Fall mit reinnehmen. Wenn die Gegner betäubt sind, machen wir ja mehr Schaden. Und sie können selber keinen Schaden machen. Es ist einfach angenehmer. Machen wir weiter mit der Waffe. Dort ist jetzt Eissplitter drauf und die durchbohren dreimal die Gegner und verursachen dadurch immer weniger Schaden. Aber das Durchbohren ist eben wichtig. Allgemein kommt mehr Schaden raus. Das wollt ihr unbedingt haben. Umso krasser ist eben diese Eissplitter, diese Mainfähigkeit von uns. Ansonsten auf der rechten Seite ist jetzt hier mit dabei, Fähigkeiten verursachen 17% mehr Schaden. Basierend auf der Wirkzeit kann man auch über den Dungeon bekommen. Habe ich jetzt hier gedroppt bekommen. Und die Mana ist schon oft eher etwas voller und dadurch hat man auch nochmal einen Schadensanstieg. Würde ich aber austauschen, zeige ich euch gleich auch wie und warum gegen einen anderen Aspekt. Dann auf dem einen Ring der Schaden für Fertigfähigkeit mit Pyromanie, also Feuerschaden, hat eine Chance von 12% eben beim Glückstreffer 10 Mana wiederherzustellen. Die Gegner fackeln die ganze Zeit an. Das zeige ich euch auch gleich. Und man hat eben immer dann beim Glückstreffer eine 12% Chance, Mana zu bekommen. Und man will natürlich so viel Mana wie möglich besitzen, um die Angriffe zu spammen. Dann auf dem anderen ist es eben sehr geil. Jedes Mal, wenn die Abklingzeit aktiv ist, also irgendeine Fähigkeit geklickt habt, Nova, die Schilde, bekommt man 15 Mana. Und ja, desto öfter die natürlich dann auch wieder ready sind durch die andere Seite hier auf der Brust. Dadurch, dass die Abklingzeit direkt ja wieder vorbei ist, kann man sie öfter aktivieren. Ihr bekommt immer 15 Mana, bam, 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 es geht immer weiter nach oben. Und ihr habt einen größeren Mana-Pool und könnt einfach länger angreifen. Was richtig krass ist, das habe ich jetzt auch getroppt bekommen, ist, erhaltet 7 Sekunden lang 32% erhöhten Schaden für gewisse Arten. Das Geile, wir spielen Kälte, aber gleichzeitig auch Feuer. In Kombination heißt entweder der Feuerschaden ist stärker oder der Frostschaden. Und das ist natürlich immens. Wenn ihr das nicht habt, ist es nicht schlimm, der Schaden ist natürlich dann ein bisschen schlechter, wenn ihr es habt, aber auf jeden Fall mit reinnehmen. Das ist bei diesem Bild extrem geil, bin gespannt, was da später noch möglich ist in einem Endgame-Bild. Was ich jetzt bei diesem Bild noch nicht besitze, ist einmal, dass die Frostnova verbessert wird. Das gibt es zum Beispiel auch bei der Season-Reise bei der Stufe 4, kann man das nämlich bekommen, kann ich euch kurz zeigen. Da bin ich leider noch nicht angekommen, das müsst ihr unbedingt in dem Bild reinnehmen. Wenn ihr es habt, könnt ihr auch getroppt bekommen mit Zufall. Und zwar hier, Frostnova erhält eine zusätzliche Aufladung, aber die Abklingzeit wird pro Aufladung erhöht. Aber ihr besitzt zwei Frostnovas. Ihr könnt auch öfter drücken, dadurch bekommt ihr öfter einen Mana zurück. Die Abklingzeit ist zwar höher, ist aber gar kein Problem, weil ihr könnt diesen Aspekt dann einfach auf das Amulett machen. Und dann habt ihr nicht eine 40%ige höhere Abklingzeit, sondern nur eine 30% oder sowas. Und das ist vollkommen okay. Damit ist der Bild nochmal deutlich krasser. Wenn ihr diesen Aspekt habt, dann würde ich den auf den Fokus tun und dann hier das wegnehmen. Und dann, wenn ihr so den Bild spielen könnt, seid ihr wirklich absolut rund. Auch wenn ihr gerade schon ein bisschen höher seid, ihr habt die Möglichkeit, geht auf jeden Fall in diese Richtung. Damit holt ihr auf jeden Fall nochmal ordentlich Mana, allgemein Schaden raus. Das geht dann richtig ab. Weiter geht's mit den Affixen. Da solltet ihr auch schon von Beginn an draufsetzen. Und zwar ist es wichtig, auf dem Helm zum Beispiel Abklingzeit-Reduktion zu haben. Umso schneller sind die Schilde, die Frostnohr wieder ready. Umso krasser geht der Bild ab. Auf der Brust habe ich auf Kälteschaden gesetzt. Alle Werte nach oben ist natürlich eine nette Sache. Der Anfängerbild ist natürlich jetzt hier auch noch nicht komplett perfekt. Es lohnt sich aber wirklich schon am Anfang drauf zu gehen, auch nach den Affixen zu gucken, auch wirklich die Aspekte drauf zu tun, schon bei kleinem Level und auch die Rüstung ein bisschen verbessern. Denn ihr bekommt die Ressourcen hinterher geworfen. Das ist wirklich gar kein Problem. Dann auf den Händen, ganz wichtig, kritische Trefferchance, Glückstrefferchance zum Beispiel und Eissplitter. Am besten zwei Ränge nach oben, wenn es die Möglichkeit schon gibt. Und so holt ihr natürlich mehr Schaden raus. Auf der Hüfte habe ich hier gesamte Rüstung ein bisschen hoch, die Heilung ein bisschen hoch. Über die Vampirfähigkeiten kann man sich jetzt auch hochheilen, habe ich mit dabei. Werdet ihr gleich sehen, das ist natürlich ultra stark, denn normalerweise kann sich der Zauberer nicht wirklich heilen. Und auf den Füßen ist auch hier wieder Mana Kostenreduktion dabei, einfach wichtig. Umso öfter kann man die Zauber wirken. Und ihr solltet hier eigentlich auch unbedingt drauf haben, entweder die Schilde und noch wichtiger die Frostnova, dass die dann einfach auch zwei Ränge plus hat. Denn umso höher oder geringer ist die Abklingzeit, umso öfter könnt ihr sie einsetzen. Auf der Waffe habe ich jetzt hier drauf gesetzt, auf Kernschaden zum Beispiel. Wie gesagt, ist noch nicht perfekt. Betäubt werden sie ja auch manchmal durch die Füße, durch den Aspekt drauf. Von hierher passt das Ganze. Auf dem Fokus habe ich auch Abklingzeit oben, finde ich sehr wichtig. Umso schneller sind die Fähigkeiten ready und auch wieder Kostenreduktion. Ihr merkt, es ist immer das Gleiche, dass man eben so lang wie möglich schießen kann, so viel Mana wie möglich besitzt. Ansonsten auf den Ringen, kritischer Trefferschaden am Anfang noch nicht ganz so wichtig. Man kritet noch nicht so häufig, aber hier Schaden gegen eingefrorene Glückstrefferchance, maximale Mana ist mit dabei. Oder hier auch zum Beispiel entfernte Gegner. Feuerschaden machen wir auch, zeige ich euch gleich wie. Obwohl wir keine Fähigkeit drin haben, machen wir trotzdem die ganze Zeit Feuerschaden. Und auf dem Amulett Bewegungsgeschwindigkeit ist cool, erhöhter Schaden. Hier auch wieder Abklingzeit, Reduktion. Und wenn ihr hier auch den Punkt drauf habt, dass ihr einen Rang mehr bei den defensiven Fähigkeiten habt, dann ist es natürlich auch von Vorteil, weil wir diese Frostnova einfach stärker wird. Nun kommen wir zu den Fähigkeiten. Wie bin ich hier geskillt? Das ist natürlich extrem wichtig. Als allererstes einen Punkt rein in den Feuerblitz. Benutzen wir nicht, aber er ist in der Verzauberung mit dabei, in dem Verzauberungs-Slot. Und das ist natürlich richtig geil. Direkter Schaden, also der ganze Allschaden, der direkt eben rausgeht, verursacht im Verlauf von 8 Sekunden zusätzlichen Verbrennungsschaden. Bedeutet, jeder Gegner, der brennt auch gleichzeitig. Und das ist einfach extrem stark. Ansonsten Frostblitz habe ich mit reingenommen. Auch in die Richtung, wenn eben unter kühlter Gegner angegriffen wird oder ein eingefrorener, bekommt man wieder Mana. Am Anfang hat man auf jeden Fall hin und wieder noch Mana-Probleme. Und ja, da kann man ein bisschen entgegenwirken. Immer wieder eine Light Attack, oder was ist Light Attack? Immer wieder einen Basisangriff mit reinmachen. Ansonsten jetzt hier bei den Kernfähigkeiten ganz wichtig, ganz oben mit dabei, Eichspitter auf der Stufe 7 durch die Hände separat verbessert. So hoch wie möglich wollt ihr es haben. Und hier in den oberen Punkt rein. Wenn ihr eine Barriere besitzt, dann verhält sich Eichspitter so, als wenn die Gegner eingefroren und er prallt eben ab. Die Gegner sind schneller tot. Ansonsten jetzt hier auch natürlich sehr wichtig, Frostnova so hoch wie möglich, dass die Abklingzeit runterkommt und in die linke Richtung, denn die Gegner werden verwundet. Und dadurch machen wir einfach 20% mehr Schaden an ihnen. Ansonsten wichtig die Eisrüstung natürlich. Man schützt sich und hat eben hier eine 25% erhöhte Mana-Regeneration. Und in der anderen Richtung ist eben dann das Flammschild mit dabei. Man schützt sich eben auch nochmal. Und man hat hier eben 25% Mana-Kostenreduktion. Die Zauber sind dann einfach günstiger. Man kann auch wieder länger Schaden machen. Wichtig ist natürlich auch hier, Glaskanone, 18% mehr Schaden machen wir. Wir bekommen 9% mehr Schaden, ist aber ganz gar kein Problem. Ihr seid mit dem Bild auch wirklich sehr tanky unterwegs, weil man sich auch heilen kann. Zeige ich euch gleich über die Vampirfähigkeiten. Ansonsten, was ihr natürlich hier haben wollt, ist auch dieser Einklang. Kritische Treffer, wenn man einen macht, verfügen aber eine Chance von 15%. Die Abklingzeit eurer defensiven Fähigkeiten abzuschließen, sind auch wieder direkt ready. Die Nova ist ready, die Schilde sind ready, desto höher ihr im Level seid, umso höher ist natürlich auch die Krit-Treffer-Chance. Und umso öfter passiert das Ganze und umso mehr Mana besitzt ihr natürlich auch. Umso runder spielt sich der Bild, weil die Fähigkeiten schneller wieder gedrückt werden können. Ansonsten ein Punkt hier. Hier wollt ihr nachher noch drei Punkte drin haben, aber am Anfang funktioniert das leider nicht, weil ich jetzt auch mit 43 noch zu wenig habe. Glückstreffer-Chance weiter nach oben ist wichtig, braucht man bei diesem Bild. Gerade, dass die Fähigkeiten eben öfter zurückgesetzt werden und man eben auch unendlich Mana dann besitzen kann. Wichtig ist auch hier der Blizzard. Ihr müsst hier auch ganz wichtig nach hinten skillen, denn solange Blizzard aktiv ist, sind die Kernfähigkeiten dieser Eissplitter 20% günstiger. Und das merkt man einfach, gerade wenn er aktiv ist, ihr kämpft gegen Elite-Gegner, braucht ihr weniger Mana. Das ist einfach absolut genial. Ist auch als Verzauberung drin, denn ihr seht unten die Verzauberung. Alle 15 Sekunden bildet sich über euch für 6 Sekunden ein Blizzard und dann habt ihr eben 20% weniger Mana. Kosten ist eine nette Sache. Hier wollt ihr natürlich auch so viele Punkte wie möglich rein investieren, am besten alle, denn ihr holt hier allgemein mehr Schaden mit Eis, mit Gefrieren und so weiter raus. Das ist ganz wichtig. Und natürlich Tieffrieren. Die Ulti am Anfang auch sehr wichtig. Später spielt man sie eigentlich nicht mehr, weil man da schon zu krass ist, eine krasse Abklingzeit hat und Co. Aber am Anfang hilft das natürlich, denn die Abklingzeit sämtlicher nicht-ultimativer Fähigkeiten, also die Schilde und Nova sind direkt wieder ready. Und so kann man weiter rein starten. Und was natürlich sehr wichtig ist, ist hier mit dem Glückstreffer eure Frostfähigkeit. Wir fügen eine Chance von 10%, dass der nächste Eissplitter eben auch kostenlos ist und 40% mehr Schaden verursacht. Bei verwundenen Gegnern ist es doppelt so hoch. Und gerade wenn man es in Kombination mit Nova spielt, die Gegner sind eingefroren und verwundet, bam, dann macht man 80% mehr Schaden mit ihnen, wenn das Ganze prockt. Und das ist natürlich nice. So, jetzt kommen wir noch zu den neuen Vampirmächten. Da gibt es schon wirklich extrem geile, gerade zum Beispiel Nummer 1 mit reinnehmen, denn wir machen an gefrorenen Gegnern 12% mehr Schaden. Ansonsten hier, das finde ich ultra geil für viele Klassen, auch Totenbeschwörer, man kann sich jetzt mit Fähigkeiten heilen, was natürlich extrem geil ist und auch dem Magier entgegenkommt. Es ist einfach leichter zu überleben, eine absolut geniale Sache. Ansonsten hier, eure ultimative Fähigkeit hat eine Abklingzeit-Reduktion von 20%. Das ist natürlich richtig geil, umso schneller ist Tieffrieren wieder ready. Die Abklingzeit ist normalerweise sehr hoch. Es geht einfach schneller und der Schaden über Zeit ist noch 6% stärker. Die Gegner fackeln ja die ganze Zeit, das ist Schaden über Zeit und so ist das Feuer eben auch nochmal stärker. Hier mit dabei, ihr verursacht 8% erhöhten Schaden bei verwundeten Gegnern. Durch die Frost-Nova sind die Gegner verwundet, passt natürlich auch einwandfrei. Und zu guter Letzt hier, wenn ihr getroffen werdet, habt ihr eine Chance von 7% Gegner in der Nähe 2 Sekunden lang in Furcht zu versetzen. Und sie werden dann eben verlangsamt. Aber das Geile, wenn die Gegner Furcht besitzen, dann ist der Treffer also garantiert kritisch. Und kritische Treffer sind natürlich deutlich stärker und braucht man ja teilweise auch im Bild, um eben nochmal ein bisschen mehr abzugehen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video etwas Geiles zeigen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer noch Fragen hat, einfach in die Kommentare reinschreiben. Mehr Videos werden jetzt in den nächsten Tagen rauskommen. Wird auch ordentlich übers Wochenende reinzocken. Ich selber spiele noch Druide. Kollegin Jäger, also die Klassen sind auch abgedeckt. Eventuell noch Totenbeschwörer. Baba bleibt wieder leider auf der Strecke. Mal schauen, wie schnell man nach oben leveln kann. Geht ja jetzt ein bisschen schneller. Vielleicht werde ich auch noch eine zweite Klasse hochziehen. Wer auf jeden Fall nichts verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.